So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft nach einer kleinen Pause von circa zwei Monaten. Wir sind wieder da und heute auch, sagen wir sogar mal zu viert, auch wenn wir nur zu dritt spielen. Sagt doch mal alle Hallo. Bibi. Hallo. Hallo. So, wir questen heute wieder ein klein bisschen. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Innis zum Schluss. Wir haben uns auf jeden Fall im Mindestziel gesetzt, zwei Stunden aufzunehmen und ja, also dann legen wir erstmal da unten los. Da müssen wir irgendein komisches Kraut einsammeln, was ich da wieder gelesen habe. Ui, darf mir der Kohl da rauchen. Und jetzt natürlich wieder die ideale Quest, um das zu dritt zu machen. Ja genau, wir töten und unser Dudu looted. Ja genau, das ist die beste Quest für mich. So, ich lasse euch jetzt erstmal auch mal zwei aufsammeln. Alright. Ich habe hier schon mal ein Eck gefunden, wo ich mein Zeug habe. Ich kann das Zeug dann nachher gleich verticken. Ja genau. Hier bei mir und mir sind noch zwei. Ich würde sagen, wir machen die anderen drei Quests hier auch gleich noch und geben danach alles ab. Das habe ich eigentlich als Tekken-Spec. Was ist das? Bär, Katze, Eule, was ist das? Sicher nicht. Ich glaube, das ist Bär. Na super. Zum Questen kannst du ja im Bär gehen, wenn du willst. Ne, damit, das spame ich lieber hier, ähm... Moonfire. Und so haben. Moonfire, Moonfire. Oh, ich sollte vielleicht mal wieder plündern, jeder gegen jeden anmachen, damit jeder sein Zeug auch selber looten kann. Wäre leicht sinnvoll. Nee, die brauchen wir auch, die Wölfe. Die brauchen wir auch, die Wölfe. Einfach alles töten, was Beine hat. Und im Zweifelsfall gibt es EP. Davon kann man ja was brauchen, ne? Ja. EP kann man nie genug kriegen. Zumindest... Was brauchen wir dann noch hier? Steak, glaube ich, ne? Ähm... Steak! Saftiges Bildberät gibt es hier. Da kriegt man direkt, ob man brauche ich auch noch acht Stück, hab doch nicht. Ich sag's, da mein Bruder hat man heute Bildschick, was bei uns zu Hause zu Mittagessen geben hat, bei meinen Eltern ein Riesen-Trotter, die Sachs, die ist so ein Viecher, wie noch nie gesehen. Oha. Das Tolle ist Chaos, Blitz, Schattenbrand. Chaos, Blitz, Schattenbrand. Du kriegst immer wieder deine Funken. So, ich hab alle Wildbrät. Funken bist du, Klopp, wir sind mit dem Wald. Ich seh's schon kommen, so WoW-Nachrichten. Chris Lügel. Chris Lügel abgebrannt, Hexenmeister, konnte das nicht kontrollieren. Auslöser unbekannt. Ein gewisser Hexenmeister wollte sich zu den Geschehnissen nicht äußern. Man munkelt. Man hat im Schutze des Rauches einen Hexenmeister davonlaufen sehen. Zeugenaussagen zufolge hatte er ein wütendes Gesicht. Sag die ähnliche Hinweise bitte an die Polizei. Dalaran. Dalaran hat eine Polizei? Habt ihr schon alles, oder was? Ich bin hier schon hinten und klopp den Weg für diese Kiste da dran frei. Ah, nett. Ich brauch noch einen Hirsch. Ich brauch noch fünf Hirsche. Ich helfe dir gleich noch beim Kloppen. Yay, ich hab ein grünes Epic gefunden. Gesundheit. Ein Stoffgürtel, wo einfach so 34 Int drauf ist. Der Klassiker. Also hier bei mir sind noch ein paar Hirsche tot. Tote Hirsche. Ich sag's dir, ich hab jetzt dann festgestellt, dass ihr einen in der Gilde habt, der Jan Hegenberg nicht kennt. Oha. Wie geht denn sowas? Das ist das WV-Spieler. Ja, er so, ja, ich mach mir jetzt noch einen Todeslitter und das ist mir sofort eingefallen. Das Todeslitter-Lied ist sofort eingefallen und hab gleich angefangen zu singen, ne? Und er so, was sind das? Und ich so, Jan Hegenberg, der Todeslitter? Kenn ich nicht. Was? Jan Hegenberg, die Horde rennt? Nö. Was? Oh. Cool, ich bin jetzt in den Turm nach oben geflogen, bin von oben reingeflogen, um von oben runter zu fallen und dann unten die Kiste zu looten, anstelle, dass ich einfach unten reingegangen wäre. Ja, macht Sinn. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Du kriegst ja eh deine Intelligenz dann als Beweglichkeit irgendwie dazu, soweit ich das weiß. Da fliegt ein Chaosblitz. Oh, ich hatte keinen instabilen Funken für Schattenbrand. Scheiße. Nein! So, jetzt habe ich fertig mit den Hirschen. Jetzt muss ich nur die Kiste holen. Ich fliege da nochmal ganz kurz mit, für den Fall, dass die wieder respawn sind. Die waren da hinten relativ zäh. Vor allem waren sie zu dritt. Oh, war es gleich drei Gegner. Ich bin in Tarnung. Hm, gut. Ist eh noch keiner wieder da. Okay, dann gehen wir mal alles abgeben. Bei mir könnte das vielleicht sogar schon wieder ein Level-Up drin sein. Ich könnte mich aber wieder drüber beklagen, dass beim Level nichts Unerwartetes passiert. Ich bin mal gespannt, was jetzt dann kommt. Sieht da wahrscheinlich bloß so ein Stein fliegen, so ein großer Stein so direkt von oben auf dich runter. So, pss. Canberra ist tot. Das Todesschwinge auftaucht und in irgendeinem Gebiet Schaden oder alles kaputt macht, das gibt es ja nicht mehr, ne? Ne, das haben sie mit 4.3, wo Drachenseele rausgekommen ist, haben sie das rausgemacht. Schade, das hätten sie eigentlich beibehalten können. Es war lustig. Einfach mal so, gehst du random in der Welt rum, auf einmal kommt Deathwing von oben und kühlt dich. Sei einfach, nein! Okay, was hier gibt am meisten Kohle? 6,83? Ja, nehmen wir die 6,83. Ja, ranzig Siegel gibt es jetzt dann, ne? Oh, jetzt kommt die Scheißhaus-Quest. Oh, da muss ich noch eine Quest annehmen. Scheiße, schnell, 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 wo ist mein schnelles Laufen da? Scheißhaus-Quest? Scheißhaus-Quest, Scheißhaus-Quest, immer schön und munter. Scheißhaus-Quest, Scheißhaus-Quest. Scheißhaus-Quest. Wah, sind sie jetzt alle gleichzeitig in dem Klo? Ja. Gehen draus hier! Ich kann nicht, wenn mir zugucken. Es ist irgendwie ziemlich gruselig, drei Männer gehen zusammen in ein Plumpsklo. Ich warte jetzt nur noch auf den Kommentar von Nadine. Die hat ja noch gar nichts gesagt heute, seitdem ich die auch noch gefangen habe. Gib dann schon mal ab. naja hier sind das bums klo der ring ist ein bisschen besser als der andere der ring ist super der eine ring besser als der andere ring umgekehrt der andere der ring war viel besser als der eine naja irgendwie so was halt ok der grizzly hügel oh man der questgeber wartet wieder unten da kommt er wieder von oben das war jetzt glaube ich immer in den türmen ist aber auch gut aus wie du reingekommen bist auf einem plump hallo so was dürfen wir jetzt noch verkloppen adler und grizzlys adler und grizzly so oder hinten sind noch welche ich hab zwei ich hab's 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 Kann es sein, dass Alter die Quest nicht hat? Welcher Quest? Dass wir hier Grizzly-Flanken einsammeln müssen. Doch. Achso, weil bei mir A hat es jetzt angezeigt. War es wahrscheinlich nicht in seiner Nähe. Das könnte möglich sein. Oh, da gibt es was zu looten. So, ein paar Grizzly-Flanken brauche ich noch. Ich brauche nur noch eine. Ich würde sagen, wenn wir alle Level 74 erreicht haben, machen wir mal eine kurze Indie für zwischendurch. So. Keine Quest mehr hier in der Nähe. Oder doch, doch da hinten. Da ist noch einer aufgetaucht. Wo? Hier hinterm Haus. Gehe dich jetzt bei übersehen. Die Uskadi töten. Gehe dich. Ja! Ah, das ist eine Killquest. Die soll zu dritt relativ schnell gehen. Wie sie! Ob das hier keine Gegner sind, da oben ist einer.